Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir nehmen euch heute wieder mit durch den Tag. Die Via liegt da unten und schnarcht mit offenen Augen. Bibi, was machst du denn für Geräusche? Magst du auch Hallo sagen? Hast du wieder alles verteilt? Hier ist ein Knochen von ihr. Da ist ein Knochen von ihr. Da ist ihr Spielzeug. Und du schläfst noch ein bisschen? Bist du nicht müde? Oh, erst mal strecken. Ich hatte euch ja im letzten Vlog von meinem Insektenstich erzählt. Schaut mal, da unten. Ihr könnt sie gar nicht sehen. Ja, das tut ein bisschen weh. Und ich versuche dann meine Beine hochzuspringen. Und sie hat doch so scharfe, kleine Krallen. Und besonders blöd ist das, jetzt ist der Verband schon halb abgerutscht, weil sich mein Insektenstich entzündet hat. Sie hat sich entzündet. Wenn du da dran hochhüppst, das tut mir ganz schön weh. Traust du dich jetzt gar nicht in die Kamera zu gucken? Und jedenfalls hat sich mein armer Insektenstich noch so entzündet. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich zum Arzt musste. Und dann war jetzt ein Verdacht auf eine Infektion. Die Stelle war rot und blau und hat genäßt. Also es sah nicht schön aus. Würde ich euch auch nicht zeigen. Mal ganz davon abgesehen. Und ja, jetzt habt ihr Antibiotika. Und die Vier ist hier damit beschäftigt, meine Hand abzulecken. Ich werde mir jetzt die Finger waschen und frühstücken. Ich bin auch schon am Arbeiten. Ich habe nämlich angefangen, Avis Video zu schneiden. Das mache ich aber so morgens. Avis schläft noch. Vier und ich kutscheln parallel ein bisschen. Und ich habe mein Frühstück gemacht. Hier ist das Video von Ava, das ich am Schneiden bin. Mein Kaffee, mein Frühstück und ich muss mich ja gleich noch fertig machen. Also auch mein Schmunkzeug. Und ich habe wirklich was super Leckeres. Kennt ihr diese kleinen Aufbackbrötchen? Da habe ich ein bisschen Eiersalat, ein bisschen Kammerbär drauf. Dann Blaubeeren, Kirschen und ein paar Nüsse. Das lasse ich mir jetzt schmecken, während ich schneide. Ava ist auch wach. Und weil es ja jetzt demnächst wieder in die Schule geht, haben wir beschlossen, voller Enthusiasmus, wie man Avas Gesicht unschwer anlesen kann. Das wir jetzt jeden Morgen in ein paar Minuten diktieren, damit die Rechtschreibung wieder in Fahrt kommt. Und dann wird das machen, schminke ich mich schnell. So, na dann geht's los. Soll ich einfach wahllos eine Seite? Oder hast du irgendeinen Wunsch? Vielleicht so eine Seite mit Merkwörter. Okay. Endlich komplett fertig gemacht. Heute Abend gibt es bei uns wieder ein Instagram Community Dinner. Dafür müssen wir jetzt noch einkaufen gehen. Das heißt, ich aktiviere jetzt die Ava. Dann machen wir das. Dann gehen wir hier dieser Fellnase nochmal raus. Gell? Machen wir das? Ja? Und, schaut mal, da liegen noch für Frühstück die kleinen Brötchen, die wir so sehr lieben. Und ich wollte Nachtisch machen. Und zwar gibt es dann noch Blätterteigteilchen, gefüllt mit Apfelmus. Und ich wollte zum Knabbern für heute Abend noch Kichererbsen im Ofen machen. Das mache ich dann, wenn ich zurückkomme. Habt noch ein bisschen was vor, ihr Lieben. Aber jetzt gehen wir erst mal einkaufen. Wir sind jetzt erst mal beim Rossmann und haben noch einiges jetzt noch mitgenommen. Wir sind vom Einkaufen zurück. Hinter mir stehen die ganzen Tüten, die ich jetzt alle auspacken muss. Und dann wollte ich euch auch noch, wenn ich dann alles weggepackt habe, zeige euch das ein oder andere, was ganz interessant ist, was ich mitgenommen habe. Und auch das ein oder andere Erlebnis, was heute leider beim Einkaufen nicht so schön war. Wir waren beim Rossmann-Lebensmittel einkaufen und ich wollte ein bisschen Deko holen. Da sind jetzt die Rossmann-Sachen, Lebensmittel, meine Handtasche. Nach der fragen auch immer so viele, die es von Hand nehmen übrigens. Und meine Wäsche zum Waschen. Und das habe ich hier schon ziemlich ausgepackt. Das muss hinten in den Kühlschrank. Und du musst alle da reinmachen. Ist das ein Witz? Nee, erst waren die wirklich schön da drin. Okay. Ich hoffe jetzt, wie würde ich hier da reinmachen. Ava hat sich ein Spiel gekauft, das heißt Dogpile. Und jetzt muss ich die da alle reinsammeln. Ja, das sind die alles bis dahin. Und da gibt es dann, ach Gott, ich habe gerade vier Karten und da gibt es noch ganz viele. Wow. Okay, na dann, lass mich mal probieren. Mach die Hündchen vor mich und ich versuche sie da alle reinzustapeln. Hast du vielleicht vorher mal ein Bild davon gemacht? Ja, wir machen das zusammen. Wir haben es nicht hingekriegt, also haben wir uns jetzt ein Bild von dem Spiel gegoogelt. Und schummeln. Das war deine Idee zu schummeln. Natürlich war das meine Idee. Ich bin ja auch clever. Sorry. Ava hält mich nicht für clever. Nein, das war mir jetzt, Mama, mit dem Pfff. Ich habe dich auch lieb. Ich habe dich lieb. Sorry für die komische Perspektive gerade, aber die Ava hängt förmlich auf mir. Ich wusste gar nicht, wie ich die Kamera halten sollte. Und die Bia sitzt da hinten irgendwo. Und macht ruff, ruff. Naja. Ach, ich wollte euch ja noch was erzählen. Also. Wir waren beim Action. Yay! Und ich bin da rein spaziert. Und da kam mir schon der erste Mitarbeiter entgegen mit der Maske hier. Warte, ich mach mal. Toll. Dann laufen wir drei Schritte rein. Kniet da ein Mitarbeiter und hat Regale eingeräumt. Auch Maske unter der Nase. Dann habe ich ihn darauf angesprochen. Ganz höflich. Und sagte, ähm. Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Maske unter die Nase gerutscht ist? Ja, das wüsste er. Dann kam mir wieder eine entgegen beim Action. Also dann mittlerweile die dritte Mitarbeiterin. Auch Maske unter der Nase. Und dann, muss ich sagen, bin ich aus Protest einfach raus. Da haben wir nichts gekauft. Wenn ich da... Jetzt denke ich mir, ist das... Ach, jetzt habe ich hier der Ava das verlauter aufgeregt. Halt wieder kaputt. How dare you? I know, I'm sorry, babe. Jedenfalls, ähm, was ich damit sagen will, es ist ja eine Sache, dass die Mitarbeiter das machen, ne? Und das sind alles junge Leute. Und dass es nicht angenehm ist, weiß ich auch. Aber es ist an der Geschäftsleitung sicherzustellen, dass die, dass ihre eigenen Angestellten die Kunden nicht in Gefahr bringen. Und die wissen doch teils gar nicht, dass sie infektiös sind. Und gerade jetzt, wo das Infektionsgeschehen wieder Fahrt aufnimmt in Deutschland. Mich hat das so traurig und wütend gemacht vorhin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, die Ava, die hat dann ganz betröppelt geguckt, ne? Das gucke ich noch betröppelter. Mhm. Wollen die Geschäfte eigentlich, dass man nicht mehr geht? Dass man immer und immer weniger konsumiert und einkaufen geht, weil man sich nicht mehr wohlfühlt. Damit die dann letzten Endes komplett den Bach runter gehen. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mich aber erstmal genug aufgeregt. Jetzt geht es hier in der Küche erstmal weiter. Und wir machen jetzt zusammen geröstete Kichererbsen und gefüllte Apfeltaschen. Die Kichererbsen habe ich hier schon abgewaschen. Und zwar muss man die so lange abwaschen, bis das Wasser am Ende klar ist. Und die packe ich jetzt hier in den Teller, denn die müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen gewürzen. Die Kichererbsen sind jetzt hier auf dem Teller. Gewürzt sind sie schon mit Salz, Pfeffer und etwa einem Esslöffel Olivenöl. Und jetzt kommt dann noch Paprika drauf. Und zwar edelsüß. Und das Ganze vermenge ich dann und gebe das auf das Backblech. Das Ganze verteile ich jetzt hier auf dem Backblech. Und das kommt bei 180 Grad in den Ofen, bis die richtig schön knusprig sind. Das ist so ein einfacher und schneller Snack, den man sich so zubereiten kann. Eine ganz tolle Alternative zu Chips. Und vor allem, man kann die auch oben auf Essen drauf geben. Und das schmeckt auch so gut. Und zwar kommen die jetzt zusammen mit den Apfelecken in den Ofen. Da muss ich den Ofen nur einmal anheizen. Und die mache ich jetzt auch gerade mit euch. Die sind auch so super einfach gemacht. Ich habe hier Blätterteig vom Supermarkt. und nehme einfach ein bisschen Apfelmus und gebe das so in die Mitte. Und dann schlage ich hier die Ecken so um. Da könnt ihr auch ein bisschen Ei zu nehmen oder ein bisschen Milch. Und ich denke immer, das braucht man alles gar nicht. Das geht definitiv auch so. Und das mache ich jetzt mit allen und dann kommt das ab in den Ofen. Was auch Vlogger-Leben ist, ist, dass der arme eigene Mann vor der Küchentür warten muss, bis man mit seiner Instagram-Story fertig ist und den Kopf in die Tür reinsteckt und sagt, darf ich reinkommen? Und ich sage, nein, noch zwei Minuten. Ich werde eine Bubble-Tea machen. Ich glaube, Ihnen ist noch ein größerer Bubble-Tea-Fan als Ava. Oh ja. Er hat sich heute früh sogar schon Schwarztee gekocht. Das ist das Highlight eines Tages. Ist der Bubble-Tea oder nichts? Yeah. Yeah. Kein Wunder, dass du den Bubble-Tea mir zuvor ziehst. Der lässt dich wenigstens nicht vor der Türe warten. Okay. Nice. Ja, und da stehen hier schon meine Sachen. Die kommen jetzt ab in den Ofen. Schaut mal, was ich noch im Geschäft gefunden habe. Ian und ich stehen auf Salted Caramel so sehr. Und unser dreckiger. So sieht ganz nicht. Bitteschön, Magst du dir eins nehmen? Nein, ich will auch was. So sieht jetzt Ian's Bubble-Tea aus. Wow, cool, man. Yeah. Ich brauche hier der Bubble-Tea. Sean. Oh ja, warte, der ist hinter mir. So, hier. Wow, guck mal, das bringe ich. Ich bin zu faun, den Bubble-Tea zu machen. Ich bin heute ganz zu lange in der Küche. Wir haben extra umweltfreundliche Bubble-Tea-Stroh-Helme gekauft. Gut, darf ich mal probieren? Ja. Ich habe bisher nämlich nur den probiert, den Ava macht. Liegt so süß. Dude, that is good. Das ist lecker. Sehr gut. Lass dir schmecken, Schaffschön. Ich mache hier weiter. Okay, schmink. Aber ich habe noch eine Sache gekauft. Und da kam ich mir vor wie so eine alte Frau. Und zwar ein Näh-Set. Das hatte ich echt im Geschäft. Ernsthaft, wie alt bin ich denn? Aber unsere Näh-Sachen, die sind total verstreut im Haus. Und da dachte ich, dann ist es wenigstens alles ordentlich beisammen. Das sexiest Näh-Set-Life. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir ein Näh-Set besorgt mit 87 kleinen Teilen. Ja. Und jetzt warte ich, bis alles fertig ist. Und dann gehen wir nochmal eine Runde mit dem Hund raus. Wir müssen uns bewegen, obwohl es draußen echt grausig aussieht. Und nicht nur ist draußen unsere Baustelle, aber die kennt ihr ja schon. Sondern sie ist auch total besorgt. Es hat einfach unfassbar gut getan, nochmal an die frische Luft zu kommen. Ich zeige euch jetzt, wie die Apfeltaschen aussehen und die Kichererbsen. Das sind die Kichererbsen. Das ist also jetzt hier so eine kleine Schüssel voll. Die werden ganz schön kleiner, wenn die Flüssigkeit da drin verdunstet. Also wenn ihr richtig viele wollt, dann müsst ihr schon zwei, drei Dosen machen. Aber so für heute Abend zum Knabbern reicht das. Hier sind jetzt die Blätterteig-Teilchen. Die habe ich schon auf so ein Tablett angerichtet. Und das wird dann unser Nachtisch. Heute ist übrigens Dienstag. Und dienstags nehme ich euch immer auf Instagram mit. Da ist ein Community-Kochtag. Da dürft ihr mir nämlich erst Gerichte schicken. Dann wähle ich ganz zufällig zwei aus. Ihr dürft abstimmen, welches ich kochen soll. Und heute wurde es Bourbon-Chicken. Das filme ich jetzt hier nicht mit. Ich zeige euch nur nachher, wie es aussieht und wie es schmeckt. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, folgt mir auf Instagram. Da gibt es das jeden Dienstag. Und ich finde, das ist so cool. Und das kommt bei euch so gut an. Und weil es schon fast sechs ist, würde ich sagen, ich komme jetzt mal in die Pötte, damit wir zu einer einigermaßen vernünftigen Zeit essen können. Wir sitzen jetzt endlich am Essenstisch. Es ist schon nach sieben. Und Essen und Ian ist ganz aufgeregt und will endlich probieren. So schaut das Essen aus. Ich habe auch einen Salat gemacht. Da habe ich einfach die Kichererbsen draufgegeben von vorhin. Ian hat sich ganz viele genommen. Und du wirst endlich probieren. Es schmeckt so gut. Es schmeckt so gut. Wir sind alles hier zusammen. Ich bin gespannt, was du sagst. Das Essen ist übrigens sehr lecker. Ian ist schon beim Nachtisch. Schmeckt es dir? Das Essen war unfassbar lecker. Ich kriege aus der Community immer die aller, allerbesten Rezepte. Nächste Woche gibt es dann zum Community Dinner übrigens einen vegetarischen Tag. Die Via, die hat wieder irgendwas. Und ich lasse mir jetzt noch eins von diesem Blätterteig-Teilchen schmecken. Trinke meinen Eistee hier in diesem süßen Tiki-Kopf. Und schneide Evers Video fertig. Ich danke euch, dass ihr uns heute wieder durch den Tag begleitet habt. Und sehe euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.